So Freunde, ich weiß gar nicht, ob ich es euch vorgestellt habe, aber hier haben wir noch mal die P1 Dumbum 120dB. Es sind 0,5 Gramm Reiber mit BKS in der P1 Variante. So sehen die Teile aus. Ich kann euch ja mal noch den Reiber kurz da oben zeigen. So sieht er aus. Eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Wir haben sie schon mal getestet. Also vom Klang her sind sie sehr gut. Wo steht nochmal P1? Da habt ihr es nochmal. Ne, doch nicht. Steht nicht P1. Wo steht denn hier P1? Ach da. P1. 5 Gramm auf 10 Stück. Soll ich euch mal sagen. Willst du die schnell zünden? Muss ich nicht aufs Stativ machen. Zünden wir weg. Zünden wir weg. Die Leute wollen ja auch mal sehen, was die können. Die wird zündet. Die wird filmig heute nicht. Halleluja. Das für 0,5 Gramm. 0,5 Gramm. Sehr schön die Teile. Kommen wir ruhig nochmal zwei, drei machen. Klingeln gut in Ordnung. Mal shoppen. So, als Schluss knallt ich euch. Halleluja. Also eine Kaufempfehlung für 0,5 Gramm ist der sehr gut. Besser wie die Cobra P1 von damals mit 0,5 Gramm. Also Freunde, macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Untertitelung. BR 2018